Hallo Leute! Kommt zurück zu Let's Play Dragon Ball 7.2 So, ich bin schon beim Dragon Ball Test, ich habe alle 7 Dragon Balls zusammen mit mir ganz kurz Dragon Ball ist riechisch Ich bin jetzt auch wieder süß, ich weiß nicht warum ich aussprechen Weil ich bin riechisch, ich bin schnell Ich bin schnell gegangen, ich will sehen Ich will mehr wachsen Kommt, wir rufen schon lang Hey, ich will den Ball mit euch teilen Ist das schon lang, Leute, da ist schon lang Komm, sag dein Wisschen! Ich sage dein Wisschen! Ich gebe dir eine Wisschen! Ich wünsche dir nichts. Was ist das Problem? Hurry up und wünschen! Keine Wünsche? Jemand? Ich muss nur ein Wünsche geben. Ein sehr einfaches Wünsche. Ich habe Ihren Wünsche gegeben. Hallo, komm zurück zu der letzten Mission über 2. Weil das ist gerade eben das Spiel. Kürzigerweise konnte ich die Stelle auch noch aufnehmen. Wenn wir lieber reinschneiden. Na ja, wer noch machen? Da habe ich noch was für Charakter. Weil das Spiel einfach geschissen ist. Komm, du hast es doch einfach mal. Wir können dir auch gleich mal zeigen, wie man am besten Dragon Ball formen. Sonst war der Mission. Wir klicken die vierte Mission an, die es gibt. Und da kann man am besten Dragon Ball formen. So. Ach, gucken wir mal die freische Etappe. Oh, wir haben den Hit freische Etappe. Hit. Den Hitman. Der Hitman. Sehr, sehr, sehr schön. Oh, es gibt uns halt noch ein paar Karakter zu zweischalten. Wer ist mein Ziel? Kommt ihr dem auch gleich mal. Let's get this going! Ich will euch die wirkliche Macht des Saiyans zeigen! Kommt! Testen wir auch gleich mal unseren neuen Charakter aus. Hit den Hitman. Wie auch genannt wird. Findet einen neuen Strekler in der Rasse. Geht aus meiner Sicht, bevor ich dich versuche. Ich bin froh. Ich bin froh. Aber die Real-Battle hat jetzt begonnen. Das war so close. Ich dachte, es war so gut. Ich bin froh. 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 Jetzt bin ich froh. Ich werde das von mir lieben. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Daher kam ich in die Wälder. Ich habe wirklich fantastic. Ich bin froh. Ich habe richtig Glück. Ich sage es so. Ich bin froh. Die Typen rennen wir an die eurem Leben von der Nahzeit. Nein, der Mist. Was ist das denn? Was ist das denn? Warum? Du hast die Futschchen auf. Ich muss nur finden und machen gar nichts. Materialobjekt. Oh Materialobjekt. Materialobjekt, na gut. Leider nicht so drückt. Leider. Kann er nicht immer Glück haben. Aber ich glaube ein zweites Mal. Also das 50 hilft die Chance. Hat eigentlich schweres Mal zweites Mal. Das ist nicht so schwer. Es hat einfach mal einen Dragon Ball zu können. Hey Brat. Was ist das? Ich bin Herr Piccolo. Ich werde nicht so schnell verlieren. Alright. Show mir die powers. Ja, Herr Piccolo! Das ist so schlimm. Aber ich bin hier für ein Ende. Ich habe es nicht zu tun. 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 Ich bin tief in Ordnung. Oh, was kriegen wir denn alles? Oh, sehr wunderbar. Jetzt habe es noch ein Schrei. Ich habe es nicht schon gehört. Ich habe es nicht schon gehört. Leute, heute. Ich habe es nicht schön. Wir sind ein bisschen neuer dabei. Jetzt haben wir den auch mal gesehen. Vorher war doch klar das Haus so weit. Hallo Krimi. Bisschen großer hier. Machen wir doch eine Story. Wir müssen jetzt glaube ich gegen Biss kämpfen. Wir müssen lieber spenden. Genau wie Biss. Sehr gut, dann lass uns gehen. Okay. Das ist Training. Bisschen Launen. Ach ja, ich wollte euch ja nur zeigen. Wir sind jetzt in der Kalle der 80. Okay, meinst du? Das ist ein wunderbar. 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 Ja. Das ist ein wunderbar. Das ist ein wunderbar. Ich würde es nicht mehr machen. Ich hab hier eine Geige gekostet, ne? Oh, schön. Ich hab hier gesagt, ich hab hier eine Geige gekostet. Ich hab hier gesagt, ich hab hier eine Geige gekostet. Und er trifft einfach. Los, los. Ich glaub, ich hab hier auch... Oh, nochmal Dimension. Bonnisch getroffen. Ich hab hier schon die Geige gekostet, aber das ist schlecht. Boah, und viel Leisten hatten wir ja noch. Oh! 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 Oh, okay. Ich bin hier, wir haben hier noch ein paar Kuss. Oh, okay. Ich dachte, das war der 80, ich kriege keiner von uns. Ich weiß nicht, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Wir werden über den Besten mal neuen Charakter anfangen. Entschuldigung, wir können ein bisschen Sushi auf dem Weg nach Hause holen. All right, das ist gut. Ich lasse die Toa für dich, dann. Great! Du kannst uns beten. Wir bringen jeden Kriminer, der mit der Geschichte zur Justiz. Wir sehen uns. Wer denkt er ist? Hallo, ich kann dich trotzdem hören. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ha, 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 ha. Do take care, everyone. Klar, aber... Oh, shit. Das ist gut, Boogs. Und jetzt, Toa hat gelernt, wie zu verabschiedern, unser System der Kommunikation. Die beiden finden neue Träume zu nutzen. Das muss ich sagen. Das muss ich sagen. Sie sind aus der Wahl. Turles, Slug, Cooler, Broly, Janimba. Die stärksten, die sie finden können. Das muss ich sagen. Es gibt nicht viele Spieler von diesem Kaliber. Unsere Showdown gegen Meera wird nahe. Wir müssen die Geschichte der Welt retten. Genau. Ich versuche, dass ich sie bezahlen werde, für den Lord Beerus zu verabschiedern. Ich glaube, dass sie sein werden, weil sie sich nicht in der Grunde zu verabschieden. Das ist auch keine Wünfe, der sich zu verabschieden wird. Das könnte vielleicht auch nicht zulässt. Sie können aber wirklich keine Wünfe. Das ist doch nicht der Schlug wasser bei uns. Keine Ahnung woher. Ich würde sagen, jetzt vermach ich mir erstmal mit Frank Schreiber, bis zum nächsten Mal, tschüss.